Hallihallo! Dieses Video wird ein kurzes sein, denn ich habe eigentlich nur eine einzige Sache anzukündigen. Und zwar, ich werde mit Tor fürs Erste aufhören, denn das Spiel selber finde ich jetzt nicht mehr wirklich so spannend. Es kam nichts Großes, Neues, ich weiß nicht so genau, was ich da eigentlich machen soll in diesem Spiel noch. Denn es gibt quasi immer nur noch neue Klassen, aber keine wirklich neuen Spielinhalte. Und das finde ich jetzt nicht mehr so spannend. Wenn allerdings ein neues Update kommt, dass das ändert, zum Beispiel eine coole neue Quest, eine Story oder so reinkommt, dann werdet ihr das Spiel auf jeden Fall wieder spielen und auch wieder mit YouTube zusammen. Also ihr werdet das dann wieder erleben. Und für die von euch, die TWOV tatsächlich spielen, könntet ihr mir sagen, am besten in den Kommentaren, was findet ihr an TWOV so gut? Was davon fasziniert euch, dass ihr es immer noch spielt? Und außerdem, für die, die TWOV noch weiterhin spielen werden, fände ich super, wenn ihr mir schreibt, wenn ein solches Update, wie ich erwähnt habe, kommt. Ich werde selber regelmäßig gucken in die Update-Logs von TWOV, aber vielleicht werde ich was verpassen oder sonst wie. Und wenn ihr es selber mitbekommt, wäre cool, wenn ihr es mir schreibt. Ja. Das wird jetzt aber nicht bedeuten, dass es ein Spiel weniger gibt. Es gibt ein anderes Spiel, ich werde was auswechseln, und zwar TWOV gegen ein neues Spiel. Dieses Spiel hat eine krasse Story, und ich bin unklar gespannt, ich habe es noch nie gespielt. Und das erste Video davon wird entweder heute rauskommen, oder halt in sieben Tagen, am Sonntag dann jeweils, wie TWOV bisher. Ja, dann erstmal einen schönen Tag, schönes Wochenende, wiedersehen. Ja, dann. Peace.